ja ich weiß nicht ob wir alle Level 6 sind bis wir da sind ja das war glaube ich die mit der Prinzessin ist mit dem ok also ich bin Level 6 mir fehlen noch 3,5 mir sind gar meine Figarette aus der Tasche gefallen man hat es leicht gehört die müssen wir gleich noch killen Bro was? das ist Kontraproduktiert dass du die schon killst weil wir müssen die sowieso gleich killen sagt das kill hier an ich muss sie jetzt killen ja wie aber noch nicht deswegen sprechen alle davon dass wir die Quest noch nicht machen weil ja die noch nicht alle machen können was für eine Quest das tolle ist dieses Brocken Eberfleisch ist eine Kochzutat das heißt das Zeug droppt automatisch droppt auch wenn man keine Quest hat hm 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 neberfleisch eins von 4 neberfleisch 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 ja dann könnte er was looten wenigstens fällt es dir mal auf ich will jetzt auch noch kürschern das ist so ein kleines Lederparadies hier vor allem in biotika kündig mit den jürgens was anfangen das vernünftige ist im biotika kündig mit ingenieurskunst was vernünftiges anfangen alle berufe waren hier irgendwo noch sinnvoll aber ich kann keinen scheiß teuren mount herstellen aber noch ein eberfleisch durch dass ihr den bär gekillt habe ich nicht noch gar keins was weil wir den bären gekillt haben hast du noch gar keins ja ich habe den bären gekillt den durfte ich dann looten und der eber danach das ist scheiße aber ich habe den bär nicht angegriffen dann nur hinterher war es hier war es nee gleich nicht sich was an die wir ganz hinten gestanden ist zu bekommen müssen auch gesorgt wenn man die stufe mittel immer noch ein eberfleisch ich habe noch nicht mal 1 was aber ich doch 1 habe ich hier ich sehe eber ich wollte eventuell mal die boxen ausstellen jaja level up geht's it einmal die quest und was wird es jetzt kriege ich die bitte noch mal das war prinzessin sterben genau diese eine halbe ewigkeit von hier weg können wir irgendwann mal machen wenn man da hinten sind die kräftigkeit ich gehe mir selber holen der eps ist die frau ne jaja level up und der letzte brocken eberfleisch sich auf meine 4 ich noch nicht ich konnte halber ewigkeit nicht wo ich das dritte vielleicht eigentlich hinbringen zu euch ne um und hier hin aber da wo wir gerade stehen mehr oder weniger da wo ich stehe ich brauche noch ein und 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 ich muss die quest eh hier abgeben und hier außenrum sind noch ein paar schweine ok ok bin fertig ab und dann nicht auf der Bär-Agro wirst du die Aufmerksamkeit oder hin ja man mit dem Bären jetzt oder nicht nö wir sind gerade wieder zurück du bist du gestartet wo ist der Bär? nein ich habe gesehen wo der hinläuft ich bin gestartet, ich bin gestiegen geblieben hab mich umgedreht, hab geguckt wo ihr seid weil ich eigentlich davon ausgang bin, dass wir den Drecksbären auf die Fresse hauen der Drecks Charmin Bär, der glaubt immer mein Klopapier ja du lachst jetzt ich glaub dir nicht dein Klopapier das scheiße, wenn du grad nen Arsch abwischen willst dann mach dir die Tür von deinem Bad auf wo du abgeschlossen hast und nimm dir das Klopapier weg und dann sagen irgendwelche Leute, ich sei verrückt kann der nicht verstehen du auch nicht, gell Kilian das ist auch derselbe Grund, warum ich Winnie Pooh angezündet hab so, Goldzahn ich habe Angst, dass ihr mir meinen Honig geklaut Was ist das? Was ist der Leinenstoff? Braucht jemand rauen Stein? Ingi oder Schmied? Brauchen beide. Ingi kann dann auch gebrauchen. Ja, macht Sprengpulver draus. Ich hab Leinenstoff bekommen, der braucht Leinenstoff. Ingi hast du deinen Nachschub an Teilen. Cool. Unser Magier kann Leinenstoff bekommen. Der Magier braucht Leinenstoff und dafür kriegst du von mir einen Raunstein. Ok. Jetzt werden hier schon voll die Handelsverträge geschlossen. Ja, klar. Das ist wohl jetzt alle abgebrochen, what the fuck. Keine Ahnung. Die Leinenstoffe. Da. Schick, schick. Wann gilt, was kommen denn den Leinenstoffe immer ganz gut verkaufen? Oh, Kupfer. Oh, da lebt er noch. Ab wann konnte man nochmal die Quest für Verteidigungshaltung machen? Zehn. Wollen wir mir die Quest eigentlich zweimal angezeigt? Tauschhandel mit Goldstaub. Das ist ein Bug. Na, ok. Na, ich sollte mal die Leisten wieder fixieren. Aber was ist, wenn das ein EA-Spiel wäre? Dann wäre es ein Feature und kein Bug. Bei Blizzard ist es auch ein Feature und kein Bug. Also hast du mich grad angelogen. Als nächstes willst du mir noch sagen, dass du nicht mein Vater bist. Und dass du adoptiert bist. Ja, genau das wollte ich dir grad sagen. Hast du die Dutregeln eigentlich geändert? Nö. Weil du mir grad die Kerze weggenommen hast. Ah, Kupfererz. Rauer Stein. Das ist doch gerade bei mir gemacht, Alter. Also, passiert anscheinend als Bug oder so. Ja, das ist bei mir grad eben auch die ganze passiert. Hab ich doch die ganze Zeit schon gesagt gehabt. Ah, Malachit, Kupfererz. Mach dir das mal. Ich geh mal ein bisschen Watt abbauen, ne? Warte. Warte. Ah, schon wieder Linestoff. Ich war bei der letzten Quest auch ziemlich stark mit Kirschner beschäftigt. Was beschäftigt? Hm. Mal schauen, ob der Ramob da ist. Hm. Du weißt, dass du die mehrmals abbauen musst, ne? Die Erze? Ja. Na gut, bei mir sind die aber immer nach dem ersten Mal abbauen, na gut, zumindest der eine ist bei mir nach dem ersten Mal abbauen, verschwunden. Ja, der Ramob ist sogar da. Guck. 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 Guck, guck. Da war irgendwo. Ich will nicht sterben. Guck. Er war grob, oh fuck. Euro aufbauen ja ich kann gerade ein bisschen später zu kann ich die haben die achte bis dahin sie ist ja und muss jetzt geht ja und solltest du über das Silbererz ich hab's hier draußen wir auf die Kiel gemacht ich bin der Stoß nicht aber ich bedarf beim Silbererz ja ich hab zwei Loll ich hab mir das mit den Kerzenkern gezeigt wo das ich daran nicht noch keine Kerzen habe ja ich hab noch keine Kerze wir brauchen eigentlich Tigerauge und Malachid ähm beide Bergbau abstandenden Berufe also so also gar und ich jo oh ich hab noch ein bisschen was dabei ich muss auch mal wieder wachen oh ja mal machen ich brauch dafür Wut oh das ist super Kadetten Langbogen äh ne Kadettenbogen wie viel DPS hat der? 3 bis 6 komm hier Mage ich bin wirklich der einzige der Endbrauch DPS nicht schaden so DPS äh 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 wenn er mehr als 2,4 dann nehm ich ihn 3,2 geht direkt unter der Schadenzahl der DPS 3,2 hm meiner hat 2,4 äh wo sind die anderen schon wieder? wir verklocken grad Goldzahn und das ohne uns? ja kameraden schweine ja ich hoffe da will ich dann nicht hier stehen zu lassen hm sollte der nicht irgendwas trocken? die Heißkette bei mir dann oh jetzt jetzt kann ich ihn looten oh man da hat er wieder seine Finger zu lang drin gehabt ja ne ich hab den gar nicht gelooten bevor er da war also ich war noch hinten mit einem anderen Kobalt beschäftigt na oh schon wieder die ganze Zeit nicht drauf gedacht ob irgendwo noch mal Erd zu machen kannst der Erzsuche anmachen und siehst sie auf der Karte das gelbe Punkte oh scheiße kann man das auch mal anmachen äh Kasten der Fähigkeit unter allgemeinem Zauberbuch das nerz das nerz hu hu äh äh Mineralien zu oh nirz hey ich kenn's mir das grad frei nein wollten wir nicht reihum sondern unten du hast doch das letzte schon bekommen oh mein Gott oh mein Gott ich hab mir die letzten zwei genommen Mann jetzt ey wir teilen die Sachen doch eh also stimmt EP fuck ne EP gibt's hier noch nicht fürs abbauen das haben sie auch erst äh wann haben sie das eingebaut Kater oder war das MOP erst I don't know I don't know hast du eben die Mineralien ja die wir richten dich bei Pete tweet wo man sich gegenwärtig bescheißt wir bescheißen uns doch sowieso also zumindest einige von uns Kilian wieso ich warum nicht naja so das heißt die nächsten zwei erze gehören noch garo ich schaufe aber die schaufe ist scheiße was für ne schaufel Zeitstrakon achso ich krieg keine Kerzen ich krieg kein Goldstaub ich krieg gar nix was aber ich krieg scheiß Quellwasser ich habe einen geschärften Brieföffner ja der ist sogar besser als mein Dolch und damit können wir sogar Briefe öffnen ja siehst du Hunter Item Hunter Item Hunter Item Hunter Item alles Hunter Items und schon wieder Leinen Stoff und höll ich nicht was ich brauche ja ich weiß du alter Junkie warum kriege ich nichts was ich für die Quests achte also Chrissy du kriegst von mir meinen ganzen Leinen Stoff immer am Ende von den Quests sonst muss ich hier sonst muss ich hier viel zu viel rum handeln also ich hätte alle Quests fertig ich nicht mir fehlen noch 3 Goldstaub mir fehlen 7 Goldstaub und ich weiß nicht mal ob ich die Quests mit den Kerzen hab nö hab ich nicht wieso hast du die nicht keine Ahnung jetzt hab ich sie ja nachdem sie dir irgendetwas geteilt hat ja war mal so nett